Ein scheußliches Exemplar von einem Dschinn. Der Fischer aber erschrak nicht sehr, sondern dachte sich nur, ein Dschinn, ein Dschinn, ein Dschinn. Heute ist mein Glückstag. Ein Flaschengeist und ich habe ihn befreit. Drei Wünsche, erfüllt einem so einen Flaschengeist. Drei Wünsche, das weiß man doch, das kennt man aus allen Märchen. Drei Wünsche. Und er schaute erwartungsvoll zum Flaschengeist hinauf. Der Flaschengeist schaute herab und sprach zum Fischer. Fischer, du hast mich aus meiner Flasche befreit. Dafür bin ich dir sehr dankbar und aus dieser großen Dankbarkeit heraus gewähre ich dir einen Wunsch. Der Fischer freute sich. Einen Wunsch. Du darfst dir wünschen, wie du sterben möchtest.